Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube Kanal und herzlich willkommen zu einer kleinen Premiere meinerseits, denn wie ihr sehen könnt ist das hier Anime Crossing im Hintergrund und dann wollen wir mal gleich starten. Ihr habt den Videotitel gelesen, ich möchte euch heute meine Insel vorstellen und ich habe es endlich mal hinter mich gebracht meine Capture Card einzurichten, mit der Switch zu verbinden und ich bin nun ganz stolz, dass ich in der Lage bin euch endlich auch Material zu Switch spielen zu zeigen, also das heißt wenn ich auch mal ein Unboxing mache, wenn ich mein Spiel eben aus meiner Sammlung vorstelle, das aufnehmen zu können und auch mal ein bisschen Gameplay zu zeigen und hier seht ihr schon mal meinen Spielcharakter, das bin ich und wie ihr sehen könnt, anlässlich auch der Zeit trage ich eine Maske, trage ein, ja, ein Designer-Oberteil von, ich weiß jetzt nicht wie die Igeldame hieß, die hier immer herkommt, verzeiht und eine selbstgebaute Kirschblütentasche und wie ihr sehen könnt, mein Haus ist ja schon etwas ausgebaut, das werde ich euch gleich nochmal, damit beenden wir das Video genau und ich habe mir so einen kleinen Weg gebaut gehabt mit einem Muschelspringenbrunnen, Gott sei Dank habe ich schon einige tolle Do-It-Yourself-Rezepte hier bekommen und wenn man nun den Terracotta-Weg hier entlang läuft, habe ich hier so einen kleinen Spielplatz eingerichtet und nicht wundern, ich nehme das hier alles gerade spontan auf, ich bin einfach nur froh, dass ich das jetzt Eis hingekriegt habe und ihr sehen könnt, ja, beim Spielplatz auch hier ein tolles Andenken an das kleine Osterevent, was ja vielen Spielern nicht gefallen hat, hier noch eine blanke Fläche, wo ich noch nicht ganz genau weiß, was ich damit mache, mit einer kleinen Picknickdecke und ein bisschen Picknickzeug dran, ja, hier noch ein bisschen langweilig, so, denn habe ich hier den ersten Bewohner schon zugebaut, hier kann man sehen, ich habe solche Hecke hier genommen von dem neuen Update, was rauskam und hier ein paar Büsche und können wir doch mal schauen, wer sich in diesem Haus befindet, das ist doch das einzige Haus, wo das Foto vom Bewohner damit davor ist, also keine große Überraschung, wer hier drin sein kann, okay, ist der jetzt gerade schlafen gegangen, toll, ja, hier befindet sich Pingi drin, da seht ihr, ja, sein Bild, tolle Sache, ja, ist auch schön, das mitten in der Nacht aufzunehmen, da werden bestimmt viele Bewohner wach sein, ich mache auch kein Zeitreisen, also kann sein, dass das hier ein bisschen underwhelming ist, im Vergleich zu anderen YouTubern, weil die schon für große Sachen aufgebaut haben, aber ich spiele das Spiel in meinem Tempo, ohne irgendwie in der Zeit voranzuschreiten, was ich eben noch nicht machen kann oder was ich noch nicht erlebt habe, das kommt halt alles noch, hier seht ihr, habe ich so ein bisschen einen kleinen Campingplatz aufgebaut für die hoffentlich auch mal demnächst neu kommenden Bewohner, ich bin nicht mit allen Bewohnern zufrieden, die ich habe, muss man auch immer sagen, ich hoffe, dass aber die wach sind, die ich besonders toll finde, ich gucke mal kurz, bin spielen, komm und such mich, ah, okay, Tanja ist wenigstens unterwegs, vielleicht begegnen wir ihr, ich habe immer so ein, naja, für die Bewohner so eine ganz kleine Fläche aufgebaut, hier eine Brücke über den Fluss, hier auch etwas einfallslos, da muss ich mir auch noch einfallen lassen, denn das hier ist das Haus meines Lieblingsbewohners, können wir gleich mal reinschauen, der mir die besten Rezepte bisher geschenkt hat in dem Spiel und ich sag mal, eigentlich der coolste Typ hier ist, nämlich Pierre und er sagt immer nice, gut, mit dir wollen wir aber eben nicht viel jetzt anfangen, deswegen gucken wir uns einmal die Einrichtung hier an, der scheint irgendwie, ich habe noch nicht ganz rausgefunden, was er sein soll, irgendwie ein DJ, der versucht immer so den neuesten Trends, äh, hinterher zu jagen, aber er behält, okay, den Bügeldingen hier habe ich ihm letztens geschenkt, aber ansonsten behält er nie die Sachen in seinem Haus, die ich ihm schenke, sondern schmeißt den immer gleich wieder ein oder zwei Tage später raus, so, gut, gucken wir mal weiter, ja, habe leider noch keine richtige Sitzbank, deswegen muss das hier herhalten und hier seht ihr Jessie, ein Hamster, die ich auf jeden Fall behalten will, ist unglaublich nett zu mir, ja, ich werde jetzt nicht alle anquatschen, ihr wisst, wie man mit den Leuten redet und hier ist ihr Haus, auch noch etwas einfallslos, ich weiß nicht, wie ich hier einen schönen Eingang hinbekomme, dass das auch gut aussieht, hier wollte ich auch noch so eine kleine, ähm, Bank, wo man sich ransetzen kann, mit hinstellen, dass man so mal grillen kann zusammen, hier einfach den Anker vom, äh, Angelevent, ich finde der sieht echt gut aus, wenn man den einfach so platziert, so am Wasser, und ja, hier habe ich etwas viereckig den Fluss gestaltet, ähm, beziehungsweise ist ja schon eigentlich ein See von der Größe, wenn man schaut, geht denn hier über, hier haben wir ein kleines, äh, persönliches Grabmal, was ich hingestellt habe, ja, dazu mal nicht, äh, dazu möchte ich nicht mehr sagen, ich finde, es sieht einfach schön aus, wie es jetzt gemacht ist, hier drin ist Benedikt, mal gucken, ist der noch unterwegs, ne, der schläft schon, das ist auch einer der Bewohner, die ich, naja, loswerden will, klingt etwas hart, aber, wo ich nicht traurig drüber wäre, wenn er nicht mehr da wäre, hier ein Gedenkstein mit ein paar Blumen, ich fand das echt schön mit diesem Wasserfall und diesen Minisee, der sich dabei denn gebildet hat, hier auch noch eine ganz leere Stelle, wo ich noch nicht weiß, was ich mitmache, hier ein kleiner Brunnen, und Nepp und Schleppsladen, der natürlich jetzt auch schon zu ist, und, genau, hier ist die erste Brücke, die man im Spiel erstellt hat, und wie ihr schon auch im Intro sehen konntet, ein Blumenfeld, hier habe ich mir das zur Aufgabe gemacht, ihr seht, alles mögliche an bunten Farben und Sorten, ich möchte einfach, dass hier ein komplettes Feld voller Blumen entsteht, und, ja, einige habe ich noch nicht gezüchtet bekommen, das finde ich sehr schade, ich hätte gern schon eine schwarze Rose auf jeden Fall, und eine schwarze Lilie habe ich nur eine, ich glaube, die stelle ich hier auch bald wieder her, dass wir ein paar mehr gezüchtet hier bekommen, so, bevor wir nach oben gehen, auf die nächsten Ebenen, gucken wir uns mal hier an, hier habe ich ein Leuchtturm hingestellt, ein paar Kokospalmen, auch noch, ja, ich finde so am Strand, ja, hier ist noch ein Wellenbrecher, so am Strand kann man gar nicht so viel machen, deswegen, ein paar Kokospalmen, wenn ich später irgendwann mal so einen Liegestuhl habe, auf den ich echt jetzt, äh, scharf bin, denn, werde ich den mal dann hier noch mit hinstellen, vielleicht sogar ein paar mehr, soll ja auch eine Insel sein, so ein kleiner Tourismusort, ja, da ist Tanja, Tanja ist meine zweite Lieblingsbewohnerin, die auch auf jeden Fall hier bleiben soll, und sie trägt gerade einen Hut, den ich ihr geschenkt habe, genau, hier drin haben wir Karin, ähm, im Englischen, glaube ich, heißt The Rocket, und ich habe auch mitgekriegt, sie ist einer der unbeliebtesten Bewohner, die es überhaupt in dem Spiel gibt, ähm, ja, sie ist ein pinker Gorilla, ja, mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht, äh, sagen, ich wollte es ihr nur mal zeigen, also, ja, könnt ihr euch vorstellen, äh, die ist aber eine meiner ersten Bewohner gewesen, deswegen einen kleinen Platz hat sie doch noch in meinem, äh, in meiner kleinen Ortschaft hier, also, sie wäre nicht die erste, die gehen müsste, wenn ich, äh, mal jemand Besonderes, den ich auch unbedingt noch haben will, mal hier auf meine Campingseite bekomme, so, hier seht ihr, ja, auch ein bisschen einfallslos, habt nicht gewusst, was sich da in die Mitte stellen soll, deswegen habe ich da einfach diesen Strohmann, da diese Vogelscheuche reingestellt, äh, Dorfplatz, wie man ihn haben muss, hier einen richtig schönen Springbrunnen hingestellt, ich finde, der sieht echt gut aus, so ein kleines bisschen abgetrennte Blumenfelder, hier habe ich mir gedacht, so ein kleiner Marktstand, ähm, ich hätte gerne, dass irgendwann mal ein Riesenmarkt hier entsteht, dafür müsste ich aber hier noch eine Menge umbauen, auch diese Telefonzelle müsste dann weg, und hier das Museum, ähm, das Museum wäre ich vielleicht in einem extra Video noch, äh, mal besprechen, und heute soll nur eine kleine Anschauung hiervon sein, ich weiß gar nicht, wie lange ein Video jetzt hier wird, ähm, bei der Capture Card, ich kann das jetzt gerade noch gar nicht sehen, deswegen, entschuldige, wenn es etwas länger wird, hier ist meine neueste, äh, Mitbewohnerin, ähm, neueste Bewohnerin, die wirklich extrem höflich spricht, und auch so ein bisschen, ähm, sehr altes Interieur besitzt, also ich glaube, die soll auch so ein bisschen, ja, nach alten Werten leben, ähm, Ute heißt sie, und wieder raus. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr, ob ich mal ein paar Gameplay-Videos dazu machen soll, wo ich auch mal mit den Leuten rede, können wir mal gucken, ob wir eine Sternschnuppe gerade sehen? Ne, wäre auch ein zu schöner Zufall gewesen für das Video, jedenfalls kann man hier schön durch dieses, äh, Fernrohr und, äh, Teleskop schauen, wenn man beobachten möchte, hier habe ich diesen kleinen, schönen, ja, diesen, ist das schon ein Onsen? Ist das schon so eine heiße Quelle? Ich glaube nicht, oder? Das wird einfach hier nur ein Thermalbad sein. Dann haben wir hier Patricia, ähm, kleiner Funfact, äh, gute Freundin von mir, heißt auch Patricia, deswegen, ähm, muss ich sagen, die wird hier in meinen, äh, ja, auf meiner Insel bleiben dürfen. Die kriegt immer von mir alles Mögliche an Fischen und Insekten geschenkt, was ich so, ähm, ja, bekomme. Also die hat immer vollen Betrieb bei sich. Und jetzt kommen wir zu meiner jetzigen Baustelle. Hier ein ganz kleiner Nadelwald. Das ist hier, woran ich jetzt gerade arbeite. Kann ja einmal hochgehen, da haben wir diese, diesen Atlas-Spinner oder Atlas-Motte, glaube ich, heißt sie auch im Englischen. Und ich möchte hier gerne ein paar Modelle von Insekten hinpacken. So eine kleine Insekten-Show mit Licht und, äh, Special Effects und vielleicht noch einen Graben drumrum und mit einer Brücke, also. Hier habe ich wirklich am meisten Ideen. Oh, 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 nein! Äh, ich habe noch nie, also ihr müsst mich entschuldigen, ich habe noch nie, äh, im Dock Animal Crossing gespielt und mit dem Controller hier. Ich spiele das immer nur im Handheld-Modus. Ja, genau. Also hier habe ich am meisten Ideen, was ich bisher machen soll. Hier haben wir wieder einen kleinen Nadelwald. Ich, ich finde es immer schön, wenn man so ein, äh, bisschen Wäldchen auch behält und nicht alles auf top modern und dekoriert nimmt. Und hier eine kleine weitere Erhöhung mit dem See, mit meinem Laubwald. Und hier befindet sich Friedel. Friedel ist ein, ich glaube ein Muli, Muli oder war ein Maultier? Eins von beiden jedenfalls. Der wird jetzt wahrscheinlich schon schlafen. Ja. Der ist, äh, einer von der bequemen Sorte. Also er steht relativ spät auf, geht relativ, äh, früh ins Bett. Also für Nachtäulen, die nur nachts spielen, werdet echt kein guter Bewohner. Und ja, da das hier erhoben ist und die Sonde am besten drauf scheint. Und das Signal am besten ist, sind hier halt die technischen Sachen, die, ja, ein bisschen meine Insel versorgen. Denn hier meine Früchtebäume. Hier Kirschen, Pfirsiche, Böwen. Ist jetzt leider nichts dran. Ich habe die alle abgeerntet, denn ich bin sehr, sehr knapp bei Kasse gerade. Oh. Genau. Ich glaube, das war schon alles. Ich glaube, jetzt haben wir alles gesehen. Ich guck noch mal kurz hier den Weg entlang. Das habt ihr auch schon gesehen, auch mitbekommen. Ja. Das war dann meine kleine Tour de Insel. Und jetzt gucken wir mal in mein Haus rein. Oh. Oh. Und herzlich willkommen in mein Wohn- und, ja, Küchenzimmer. Ähm, ich habe noch keine eigene Küche. Die wird, ähm, ja, einer der Plätze, die jetzt hier sind, werden dann belegt. Und wenn ich unten freigeschaltet habe, dann kommt da ein anderer Raum rein. Aber bis jetzt haben wir hier die Küche, die Küchenzeile. Hier der, das soll eigentlich der Esstisch sein. Also muss man sich ein bisschen, ja, ein bisschen mit dem Platz sparen. Weil ich finde einfach diese Pflanze da drauf so schön. Sofa, Fernseher. Und ich drehe gleich mal das Bild, dass ihr sehen könnt. Hier die ganzen Abzeichen, die man von dieser Organisation da bekommt, die die Häuser bewertet. Und ich habe heute diese Aquarienkugel bekommen und die finde ich unglaublich schön. Und kleiner Funfact, ich glaube, in Deutschland sind die verboten. Ich glaube, man darf keinen Goldfisch in solchen Kugelgläsern halten in unseren, in unserem Land. Könnt mich ja mal aufklären, ob ich da richtig liege, aber ich glaube, weil die so desorientiert werden dabei. Aber kann sein, dass ich auch einer Fehlinformation aufliege. So, jetzt gehen wir ins Schlafzimmer. Genau. Herzlich willkommen. Klein, aber fein. Ja, was soll ich jetzt sagen? Hier habe ich einen Klastenflosser. Auf den bin ich sehr stolz, dass ich den gefangen habe. Weil einen musste ich im Museum spenden und dann war ich so traurig, dass sie keinen weiteren mehr hatte. Aber ich habe Gott sei Dank noch einen gefangen. Diese Glückskatze hier kann ich sogar schon zu einer goldenen Glückskatze machen. Das Rezept habe ich natürlich von Pierre auch schon bekommen. Aber ich finde die hier viel, viel schöner. Und die Golderze, die brauche ich auch noch. Und durch dieses Spiel habe ich überhaupt erst mal das Wort herausgefunden, was eine Sukkulente ist. Das wusste ich vorher auch nicht. Können wir ja mal kurz hier reinschauen, was ich schon an Liedern habe von KK. Auch so ein kleines Hobby im Spiel hier drin. Einfach, dass man diese Musikstücke alle sammelt. Ich weiß gar nicht, ob ihr jetzt gerade, ich habe die Musik aus, ob ihr die gerade hier gut hört. Ich glaube, ich habe im Wohnzimmer Soul an und in den anderen einfach neue Horizonte. Das Themenlied sozusagen von Animal Crossing. So. Übrigens der Pokal dort. Ja, den. Ich war ein bisschen länger wach, als das Angler Event war. Und herzlich willkommen im Bad. Einer der Räume, wo ich am stolzesten drauf bin. Weil hier haben wir schon von diesem Sternzeichen, was jetzt gerade aktiv ist. Die Badewanne. Hier habe ich einfach die meisten thematischen Gegenstände schon für. Hier Toilette, Waschbecken, einen Toplader als Waschmaschine. Und schon schöne Sachen, die man an die Wand dran machen konnte. Da oben sogar ein Belüftungssystem. Jeder weiß, warum man das im Bad gebrauchen könnte. Ja. Gucken wir mal weiter. Übrigens, das hier ist ein Reiskocher, was da auf dem Minikühlschrank drauf ist. Nur mal noch als, ja, kleine Information. So, jetzt gehen wir in die Werkstatt. Jeder Mann braucht ein, ja, eine Werkstatt, ein Bastelstudio sozusagen. Und kann man sehen, bin ich glücklich schon mit der Auswahl, die ich hier benutzen konnte. Ähm, sogar ein Industriestaubsauger hier. Die beiden Gegenstände kriegt man ja gleich zum Anfang in seinem Zelt sogar schon geschenkt. Hier ein Radio braucht man auch auf jeden Fall. Ja, mit einem Zertifikat da oben dran. Alles ein bisschen dunkel und schwarz gehalten, dass man den Dreck und den Staub nicht so schnell sieht. Da passt auch die Atemschutzmaske auch für. So, und letzter Raum. Und dann ist auch das Video für heute beendet. Danke schon mal, dass ihr, äh, ja, so lange dran geblieben seid, wenn ihr bis hierher gekommen seid. Denn das ist mein Gaming- und Hobbyzimmer. Mit einem Arcade-Automaten, den ich jetzt Gott sei Dank, äh, gestern. Gestern hab ich den gekriegt. Genau. Mit, vor allem, ich glaub, der heißt sogar Baller-Spiel Arcade-Automat. Also, den Namen find ich jetzt auch irgendwie ein bisschen kurios. Und Space Blaster ist da drauf. Pinball-Maschine. Das komische Ding hier von, äh, Animal Crossing, der Mobile-App. Ja. Kann man mal machen. Schön, dass sie auch Items dafür gemacht haben. Und natürlich meine Animal Crossing-Super-Special-Mega-Edition. Und da, annehmen wir da, da freu ich mich doch sehr, dass ich die gekriegt hab. Und wenn man mal überlegt, die Originale, glaub ich, kostet so ein Tausender, hier in dem Spiel. Und 42.000 kostet diese Sonderedition. Und dann hier noch eine Jukebox für die ordentliche musikalische Untermalung und eine Lavalampe. Gut. Ja, das soll's denn erstmal gewesen sein. Soweit meine kleine Animal Crossing-Insel-Tour. Und das ist so der kleine Auftakt für weitere Switch-Aufnahmen. Ich hab, ich kann jetzt endlich eigentlich alle Konsolen, die ich habe, mal, ähm, anschließen. Kann, ja, mal Gameplay capturen. Ich hab noch Wii U und Switch. Also, ist ein kleiner Schritt nach vorne und motiviert mich auch mal ein bisschen wieder, ähm, was aufzunehmen. Vielen Dank, dass ihr zugesehen habt. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, wie weit ihr bei Animal Crossing seid. Ob, ähm, ob euch irgendwas bei meiner Insel aufgefallen ist, was man noch verbessern könnte. Alles, was euch dazu einfällt. Ähm, ich will gar nicht, äh, ich will gar nicht schauen, wie viele Stunden ich schon in dieses Spiel investiert habe. Es macht einfach unglaublich Spaß und süchtig. Und so entlasse ich euch für heute. Macht's gut und ciao, ciao.